Mitte des Jahres 1965 sind die Kundschafter um den Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Clemens auf der Spur illegaler Waffenhandelsgeschäfte des BRD-Geheimdienstes mit italienischen Neofaschisten. Die Spuren führen von Rom, wo ein Kronzeuge auf mysteriöse Weise ermordet wird, nach Madrid. Dort trifft sich ein geheimnisumwitterter Mann namens Don Salvatore mit einem ehemaligen SS-General. Die Spuren führen weiter vom Starnberger See nach Korsika. Dort beschließt der neofaschistische Weltgeheimapparat der revolutionären Aktionen, Norditalien mit einer Welle von Mord- und Terroranschlägen zu überziehen. Hinter diesem mörderischen Treiben stehen der amerikanische und der BRD-Geheimdienst im Zusammenspiel mit dem italienischen Geheimdienstchef General Angelo. Um die Terroranschläge der Linken anlasten zu können, wird von den Neofaschisten gemeinsam mit einer geheimdienstlich gelenkten maoistischen Gruppe in einer Gewaltaktion ein maßgeblicher italienischer Parlamentarier als Geisel genommen und verschleppt. Der französische Ingenieur Marcel Lafitte, ein ehemaliger Fallschirmjägeroffizier, der mit seiner Familie auf Korsika in Urlaub war, wird als einer der ersten von einem Terroranschlag betroffen. Auf dem Mailänder Bahnhof explodiert eine von Don Salvatores Banditen gelegte Bombe, die seine Frau und seinen Sohn tötet. Marcel Lafitte, der Rache an den Mördern seiner Familie nehmen will, ist es inzwischen gelungen, in der Bar Abyssinia einen Schlupfwinkel der Neofaschisten aufzuspüren. Dort gerät er in eine gefährliche Lage. Erledigt. Schließen Sie den Fall ab. Nicht hier! Ja! Das unsichtbare Visier ist eine Gruppe von Kundschaftern, die an geheimer Front auf Wacht steht für den Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kanal ist da vorn. 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 Wir ... Wir müssen gehen, Marcel. Willst du nicht doch eine Kleinigkeit essen? Nein, Mama. Wir müssen gehen, Marcel. Ich bin, Marcel. Ich bin, Marcel. Ich bin, Marcel. Musik Tja, meine Frau wollte, dass ich dort jetzt meinen Namen hinschreibe. Das war auch der letzte Wunsch deines Vaters. Ja. Ich habe in der Fabrik gekündigt. Es ist recht, dass du nicht verkaufst. Und jetzt schon gar nicht, ja. Raymond, bitte geh schon nach oben. Kommst du nicht mit? Nur ein paar Minuten, ich komme gleich nach. Ich muss noch zum Rathaus. Sie werden staunen, was das ist. Das ist das Wappen der Marquise de Beaufort. Und wissen Sie, was das ist? Die Geschichte der Hugenotten. Die acht Hugenottenkriege bis zum Edikt von Nanks. Aber das hier ist das einzige Exemplar, das existiert. Die Originalhandschrift von einem Hugenotten, hingeschrieben lange nach der Bartholomeusnacht, anno 1572. Die Handschrift schildert das Schicksal einer Gruppe Hugenotten in der Provence, das in keinem anderen historischen Werk zu finden ist. In dieser Gegend gibt es unzählige natürliche Höhlen. An der Küste, im Meer und sogar unter dem Meer. Hier. Jahrtausende alt. Hier auf der Insel mussten die Hugenotten einen Tunnel graben. Das heißt, sie mussten die natürlichen Höhlen miteinander verbinden, sodass ein Schmuggelhafen entstand. Irgendwo im Schloss muss der Tunnel beginnen. Viele der Hugenotten starben infolge Erschöpfung und Hunger. Die Überlebenden ließ der Marquise bevor erschlagen, um die Mitwisser zu beseitigen. Wo liegt diese Insel, Monsieur Ballon? Der Sitz der Marquise der Beaufort. An der Küste der Provence, etwa 60 Kilometer östlich von Toulon. Weil dort Hunderte von Glaubensgenossen den Tod fanden, nannte der Hugenotte sie Ile de l'Amour, Insel des Todes. Hier ist Marcel Lafitte aus Lyon. Monsieur Rouvelle... Ich bin informiert. Monsieur Rouvelle lässt Ihnen ausrichten. Sie möchten nach Marseille kommen. Er hat eine Adresse für Sie hinterlassen. Können Sie mir die Adresse nicht durchgeben? Tut mir leid, Monsieur. Der Umschlag ist verschlossen. Ich darf ihn nicht öffnen. Gut, ich komme. Scheiß Geheimdienst. Giselle, schon zurück aus der Schule? Und wie war's? Oh, nicht schön, Papa. Du wirst doch nicht etwa faul werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Du warst doch immer ein fleißiges Mädchen. Giselle? Komm. Dein Vater muss arbeiten, Kleine. Geh schon essen. Na, geh. Jetzt schon? Ja, ja, ich komme gleich. Kann ich denn nachher wiederkommen, Papa? Natürlich. Geh nur erst essen. Den muss ich erst abwischen. Der ist staubig. Nein, lass mal. Du musst es hier sagen. Als dein Vater starb, sagte er mir, ich könnte mich auf dich verlassen. Kannst du das nicht? Ich habe es versprochen. Und ich werde mein Wort halten. Wem hast du was versprochen? Lorraine und Pierre. Mama, ich... Ich muss nach Marseille. Marseille? Ja, ein Freund aus der Armee. Er wird mir helfen. Mama, ich habe dir alles erklärt. Du hast den Mörder gestraft, Marcel. Wozu mehr? Es war nicht nur ein Mörder. Du warst schon immer besessen. Ich will dich nicht verlieren, Marcel. Ich will... dich nicht auch noch... verlieren. Papa hat gesagt, wenn er von den Soldaten zurückkommt, fahren wir gleich aufs Land. In den nächsten Ferien. Nicht wahr, Papa? Oma kommt auch mit. Soldaten? Bleibst du lange weg. Kümmere dich um das Geschäft, Reimo. Mache ich. Lieb unten, Mann. Adieu. Sieh, bitte. Das ist ein Problem, Monsieur Lafitte. Spirito excellence. Und hier sitzt, wie ich sehe, mein Freund Rovelle. Naja. Mon cher, wann auch immer du diesen Brief in Empfang nimmst, ruf von einem öffentlichen Fernsprecher Toulon 777370 an, nenn deinen Namen und sag, wann du im Hotel Ville-France-Rue Cannabier sein kannst. Ich lasse dich dort abholen. Jean-Louis. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen, Mademoiselle? Hier, gleich da drüben ist doch sein Hübsches. Sie haben doch sicher gleich Feierabend. Ich bin bereits verabredet, Monsieur. Ohne Training ist nichts, nicht einmal das Schwindeln. Sagten Sie etwas, Monsieur? Nein, 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 nichts, nichts. Ich komme. Ich komme! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kamerad, dich bedrückt doch was. Stimmt was nicht? Meine Frau ist tot. Das tut mir leid. Was war denn? Unfall. Ich muss erst mal raus, andere Umgebung. Weshalb bin ich hier? Und die Kinder? Sind bei meiner Mutter. Naja, lassen wir das jetzt. Auf einer Insel. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Das? Ein altes Beinhaus. Hier war mal eine Pestepidemie, irgendwann im Mittelalter. Und wie heißt das Ganze hier? Der Name ist viel zu schön für das Nest. Wovor? Der Name muss tausend Jahre alt sein. Lange bevor die hier das letzte machten. Ach, der Regen hat aufgehört. Komm. Ich habe dir auf Corsica einen Job angeboten. Mein Wort gilt. Allerdings, wenn ich dich mit auf die Insel nehme, dann gibt es kein Zurück. Dann bist du unser Mann. Du weißt, was das heißt. Was denn? Euer Mann? Ich? Ja, ja. Wir sind eine große Organisation. Aha. Marquis de Beaufort. Gibt es den überhaupt noch? Ein international bekannter Kakteenzüchter. Kakteen. Naja, unsere Legende. Der Weltgeheimapparat der revolutionären Aktionen. Was ist das? Liberté et ordre. Ah. Freiheit und Ordnung? Na komm, du wirst schon noch alles erfahren. Das ist das Hauptquartier der neuen Ordnung für Norditalien. Und die Waffenzentrale. Wenn ich nur wüsste, wie ich da rankommen soll. Du unternimmst dir nichts. Auf keinen Fall. Geht's denn bei dir weiter? Hm? Ich war wieder in Rom. In Sachen Gas am Bajorzini, alias General Angelo. Und was gibt der Rauschgifthändler so von sich? Nach wie vor, konspirativ bis ins Detail. Treff's nur im fahrenden Wagen. Aber folgendes Bild zeichnet sich. Die Bundeswehr liefert Waffen. An Israel. Israel liefert Heroin an General Angelo. Hm. Und General Angelo bezahlt von dem Erlös Waffen der Bundeswehr für Don Salvatore's neofaschistische Internationale. Hilda Scorpio. Sie ist jetzt Chef der Mailand-Organisation. Seit Moffo tot ist. Allein in Mailand in einer Woche 16 Terroranschläge. Wie war die Information von Winnie? Nichts Greifbares. Sie ist auf der Spur von Bauern und Kartenburg. Nach Bad Monterie, Südfrankreich. Es verstärkt sich die Annahme, dass unter Ausnutzung der Bedingungen des Churbades Monterie sich doch die Zentrale der Organisation eingenistet hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herbettet και betweenben. Herbettet. Einen Blutstrauß und Bahnhof, Herr Antwerp. Selbstverständlich. Das geht in Ordnung. Sie können sich vor uns verlassen. Natürlich, selbstverständlich. Bitte. Auf welchen Namen, Monsieur? Kragenburg. Bitte. Der erste Abendzug nach Nizza, bitte. Apportement 23. 20.15 Uhr, Oberabahler von Madame. Merci. Saludo an Doktor. Bad Monterie. Monterie offenbar nur Zwischenstation. Umständliche Absicherungsmanöver. Ich folge neuer Spur. Musik 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 Hier heißt alles wovor. Der Landstrich, die Insel, das Dorf und das Hotel. Das heißt allerdings, wissen Sie, Marquise de Beaufort, weil die früher hier mal residiert hat. Da ist der gegenwärtige Marquis Anders vollkommen aus der Art geschlagen, züchtet Kakteen und das schon seit über 30 Jahren. Gestard! Die ganze Insel, die jetzige Regentin, bin mal wieder nicht kommilvaux. Bonjour Madame, bonjour. Gehen wir. Bonjour. Bonjour. Bitte. Ja, was ich sagen wollte, die ganze Insel voller Kakteen. Und aus aller Welt kommen die Leute, auch solche Kakteen-Menschen. Und dabei ist, und dabei ist unser Marquis ein Nachfahrer des Herzogs von Gies, der im Mittelalter die Huguenotten dezimierte. Der Alte ist scheu wie Emas Lorenz von Arabien. Brauchst du, um ihn nicht zu kümmern. Das ist einer von meinen Leuten. Studierter Biologe. Er wird die Kakteen-Zucht später übernehmen. Wenn der Marquis das Zeitliche segnet, machen wir als Stiftung weiter. Wozu das Ganze? Unsere Organisation ist international. Da braucht man unauffällige Nachrichtenwege. So lässt sich vieles sogar kodiert über die Post abwickeln. Ein Prospekt über diesen Echinokaktus an einen bestimmten Mann in Milano und schon fliegt zwölf Stunden später ein kommunistisches Parteibüro in die Luft. Mit dem hier habe ich zum Beispiel eine Bombe auf dem Mailander Bahnhof gezündet. Alles computergesteuert. So kündigen sie auch Besucher. Kapitän, Lieutnant, die Deutschen sind da. Wollte gerade gehen, doch Salvatore. Marcel, kümmere dich indessen um die Waffenlieferung, bitte. Wie macht sich Lieutnant Laffitte? Zuverlässig. Zudem guter Ingenieur mit Elektronikkenntnissen. Kann ihn zur Wartung der Elektronik brauchen. Außerdem war in Algerien Sprengstoffexperte. Guter Mann für uns. Sie haben ihn gezielt angeworben? Ja, habe ihn schon lange im Auge. Unsere Wiederbegegnung auf Korsika wurde organisiert, indem wir ihm über ein Reisebüro eine preisgünstige Pauschalreise lanciert haben. Ah, Familie? Die Frau ist kürzlich verunglückt. Es hat ihn schwer getroffen. Er spricht nicht gern drüber. Die Kinder sind bei der Großmutter untergebracht. Aha, sehr gut. Ich halte nichts davon, wenn meine Männer abhängig sind. Was haben Sie mit ihm vor? Beim strategischen Programm unserer militärischen Aktion brauche ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann. So, hier, hier bitte lang. Womit wollen wir beginnen, meine Herren? Ich flage vor die Waffenlieferung. Wenn keine Einwände sind. Ja. Ist die Liste, die wir Ihnen zugesagt hatten. Präger. Kapitän. Präger. Aufgrund von Zusicherung des Herrn General von Wieseneck richteten wir in den Haupthäfen vom Golf de León bis zum Golf von Aguina Verteilerzentralen ein. Wir transportieren von dort die Waffen. Sie werden in dezentralisierte Lager im Landesinnern gebracht. Inzwischen sind die ersten deutschen Lieferungen in Marseille eingetroffen. Übrigens scheint es Schwierigkeiten in Saint-Dermont zu geben. Ein Brief von Monsieur Paipeter. Die Schwierigkeiten mit seiner Identität. Ja, ein Saint-Dermont muss ein Wechsel erfolgen. Erste Lieferung Marseille am 28. Juni 65. 75 Gewehre G1 CEN Kaliber 7, 62. 36 Maschinenpistolen MP2 Kaliber 9. Stangenmagazin 25 und 32 Schuss. 150 Pistolen S36 Kaliber 9. 60 Handgranaten Pomi. Zünder wahlweise als Aufschlag, Verzögerungs- oder Abreißzünder verwendbar. 25 Kilogramm Platz. Mach später weiter. Ich brauche es bis morgen, wenn Wilson vom CIA eintrifft. Wo ist das U-Boot jetzt? Ähm, hier etwa. Gegen Mitternacht wird es auf die Marie-Luise treffen, um den Grassamen aus Haifa zu übernehmen. Haifa? Grassamen aus Israel? Ja, Heroin. Damit finanzieren wir uns. Komm, ich will dich weiter einweisen. Sieh mal hier. Das ist unser elektronisches Vorwarnsystem. 50 Meter vom Strand in 6 Meter Tiefe rund um die Insel. Alles, was sich drunter oder drüber bewegt, wird erfasst. Hier die Anlegestelle und die wird bewacht. Und hier die Tiefgarage. In der die Leute ankommen, die besser nicht über Land reisen, wie General Angelo. Tiefgarage. Ein Hafen für U-Boote. Unter dem Felsen ist eine Höhle. Hier gibt es eine Menge so alter Höhlen. Die Untersuchung des Geländes ist noch gar nicht abgeschlossen. Die Einfahrt ist gesichert durch Schutzgitter. Wird nur geöffnet, wenn das U-Boot passiert. Gewaltiger Ausbau. Muss ziemliche Mühe gemacht haben. Die Vorfahren des Marquis de Beaufort haben uns eine Menge Arbeit abgenommen. Die Höhle war früher ein Schmuggelhafen für Waren aus Nordafrika und dem vorderen Orient. Sag mal, ist mein Wagen noch im Dorf drüben? In der Hotelgarage. Ich würde mir gern ein paar Sachen rüberholen, die noch im Wagen sind. Tu das. Melde dich stets bei Allah ab. Er ist für die Absicherung zuständig. Er soll dir das Boot geben. Aber nimm dich vor dem Wirt in Acht. Gustav schwatzt und nascht mächtig. Eins mehr als das andere. Habe doch gleich gemerkt. Im Kopf haben sie nicht nur Kakteen. Naja, was soll das auch nicht wahr? Der Mensch ist schließlich ein Mensch. Man hat ja so seine Interessen. A votre santé. Den Keller habe ich gepachtet. Wissen Sie, ich gebe Ihnen den Schlüssel... Ja, ich komme gleich. Und wenn Sie die... ...die Totenschädel gesehen haben... Monsieur, das interessiert mich persönlich. Dann sagen Sie mir Ihre Meinung. Meine Frau ist sehr dagegen. Aber vielleicht ist es doch eine gute Touristenattraktion. Fünf francs pro Mensch ist doch gulant. Aber zu keinem ein Sterbenswörtchen, sonst schnappt Ihnen einer die Attraktion weg. Und auf meine Ehre, wie sollte ich kein Wort... Gustav! Na, warte du. Die Original-Handschrift von einem Hugenotten. Die Handschrift schildert das Schicksal einer Gruppe Hugenotten in der Provence, das in keinem anderen historischen Werk zu finden ist. Viele der Hugenotten starben infolge Erschöpfung und Hunger. Die Überlebenden ließ der Marquis de Beaufort verschlagen, um die Mitwisser zu beseitigen. Die Schicksal einer Gruppe Hugenotten in der Liedgekunde wieder. Die Glocke Hugenotten in der Liedgekunde... ...daten Sie in der Liedgekunde vorstich. Luffitt kommt zurück. Bonsoir, Lieutenant. Bonsoir, Alain. Ein bisschen langweilig hier auf der Insel, was? Nichts fürs Gemüt. Man gewöhnt sich daran. Wissen Sie, ob Kapitän Chabert schon frei ist? Nein, er ist oben. Es scheint eine lange Nacht mit den Deutschen zu gehen. Sagen Sie, wissen Sie, ob es hier irgendwas zu schmökern gibt? Eine Bibliothek oder so? Ja, hinten im Erdgeschoss. Aber alles uralte Schwarten. Auch nichts fürs Gemüse. Ach, so ein Pech. Na, Mercier. Hier auf der Insel mussten die Urgenotten einen Tunnel graben. Irgendwo im Schloss muss der Tunnel beginnen. Und das ist eine Kirche, ja? Ja, eine Kapelle und ein Friedhof. Und hier eine Eule. Eine Eule, ja. Das Symbol der Weisheit. Möglicherweise eine Bibliothek. Vielleicht sogar im Schloss. Irgendwo im Schloss muss der Tunnel beginnen. Pech. 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 Eine Abenteuerung! Das war's für heute. 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 Kapitano. Deutsche Einheiten zur Hilfeleistung bei Naturkatastrophen, Neujahr, und so weiter. Also ganz ehrer Meinung. Ich möchte vorschlagen, dass wir diesbezüge einen Maßnahmeplan ausarbeiten. Ja, einverstanden, einverstanden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, come on, come on. Oh, 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 come on. Wann läuft denn das U-Boot wieder aus? In genau drei Stunden. In drei Stunden? Ja, genau 0.30. 0.30. Okay. Oh, come on. Also in Nahost läuft das U-Boot, also in Nahost läuft das U-Boot, in ein, zwei Jahren wird Israel angreifen und die Lage zu unseren Gunsten verändern. Bis dahin muss die griechische Frage gelöst sein. Sie wird gelöst sein, Sie wird gelöst sein, Mr. Wilson. Ich kann Sie beruhigen, General Angelo. Univ-Boot der Willen, es muss der Umstand, der Univ-Boot, wie bei der Univ-Boot war, der Univ-Boot, der Univ-Boot, der Univ-Boot... Herr Born, wenn Sie berichten wollen. Psst, ich bin's, Lafitte. Bitte, Herr Born. In Mailand haben wir die erste größere maoistische Organisation gegründet. Sie nennt sich Rote Bayonette. Die Führer sind unsere Vertrauensleute. Rodolfo Scorpio zum Beispiel. Die trotzkistische Gruppe Permanente Revolution ist von uns unterwandert. In Rom werden wir in Kürze die Führung einer linksextremen Organisation durch eingeschleusste Experten übernehmen. Vorschlag für den Führungsposten. Josef Peiter, zur Zeit in Saint-Den-Mongen-Warteposition. Augenblick, bitte. Moment, bitte, meine Herren. Meine Herren, begeben Sie Sie bitte sofort ins Haus. Alarm. Sie gehören also zu diesen Faschisten? Wie kommen Sie darauf? Dasselbe könnte ich Ihnen unterstellen. Es war doch kein Zufall, dass Sie auf Corsica waren. Es war auch kein Zufall, dass ich Sie in Marseille getroffen habe. Und jetzt sind Sie hier. Es ist jetzt keine Zeit zu klären, Madame. Wer Sie sind und wer ich bin. Das Alarmsystem ist für eine Weile außer Betrieb. Nur deshalb sind Sie so weit gekommen. Wir haben noch zehn Minuten, dass Sie lebend von der Insel kommen. Wir haben noch zehn Minuten, dass Sie sich in der Insel kommen. Kommen Sie mal lang. Ja. So. Was haben Sie vor? Hören Sie genau zu. Es geht jetzt ungefähr zwei Meter hinunter. Dann führt eine Höhle direkt in den U-Boot-Hafen. Ja. Durch diese Höhle müssen wir durchschwimmen. Verstehen Sie? Wenn das U-Boot ausläuft, hebt sich das Schutzgitter. In dem Moment müssen wir mit durch. Und wir müssen auch so lange unter Wasser bleiben, bis wir draußen sind. Verstehen Sie? Was? Mit einem Atemgerät? Ich habe kaum getauft bisher. Und Sie müssen mir auch noch Luft abgeben. Ach, auch noch. Muss schon sein. So. Alles klar jetzt? Dann ist es. Applaus 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 Sämtliche Sicherungskreise einschließlich der elektronischen Unterwassersicherung reagieren unregelmäßig. Wie ist das möglich? Kommandant U-Boot an Zentrale! Soll das U-Boot mit General Angelo planmäßig auslaufen? Schaber, U-Boot läuft planmäßig aus. Okay, verstanden. Nichts zu machen. Lafitte muss her. Er ist nicht auf seinem Zimmer. Jagen Sie einen Suchtrupp los und lassen Sie das Gelände abgrasen. Verdammt nochmal. Okay. Mir fehlt Gelände durchsuchen lassen. Lafitte muss her. Lafitte muss her. Geben Sie mir das Gerät. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sie müssen noch etwa 50 Meter aufs Meer hinausschwimmen, bevor Sie zur Küste können. Was, kommen Sie nicht mit? Nein. Sie haben meine Disposition völlig durcheinander geworfen. Moment. Ich muss verdammt schnell zur Zentrale zurück. Geht schon. Wir sehen uns morgen Abend gegen 10 Uhr an der Marienkapelle hinterm Dorf. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja. Ich werde da sein. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer Sie sind, Madame, aber ich kann mich darauf verlassen, dass Sie zu niemandem ein Wort sprechen. Ja, Sie können mich hören. Ziehen Sie die Reißleiten. Sie können. Sie können. Du hast mich gesucht, Jean-Louis. Ich müsste dich wegen Vernachlässigung deiner Pflichten zur Verantwortung ziehen. Ich verstehe kein Wort. Ich müsste dich arretieren lassen. Was? Ich habe vor 30 Minuten Alarm ausgelöst. Keines der Sicherheitssysteme funktioniert einwandfrei. Moment. Das will ich sehen. Lassen Sie mal. Lafitte, Probealarm für Sicherheitszone 3. Lafitte, Probealarm für Sicherheitszone 2. Lafitte, Probealarm für Sicherheitszone 1. Die elektronische Unterwassersicherung ebenfalls. Funktioniert normal. Ich habe dich suchen lassen. Du hast mir ausdrücklich gesagt, dass du mich heute Abend nicht brauchst. Ich habe die Suchtrupps gesehen, aber ich dachte, eine routinemäßige Sache. Darf ich jetzt gehen? Warte noch. Alarm soll morgen Mittag mit der Yacht nach Toulon bringen. Er war nach Toulon. Okay. Marcel. Wer bist du? Nein, danke. Entschuldige. Ich war vorhin etwas grob, aber... Unsere Soldaten braucht keine Entschuldigung. Ah, nichts für Ungut. Ich habe da noch einen wichtigen Auftrag für dich. Den sollst du erledigen, bevor ich morgen Abend mit dem U-Boot auslaufe. Bleibst du länger weg? Und drei, vier Tage eine Insel anlaufen, die wir erstanden haben. Eine Insel? Auf der wir prominente Geiseln unterbringen können. Zum Beispiel den Abgeordneten aus Padua. Ihn wir jetzt in Mailand versteckt halten. Ein bisschen unsicher dort. Und was hast du für mich? Du sollst dich indessen mit den Einsatzgruppen der neuen Ordnung für Mittelitalien beschäftigen. Diese Zivilisten. Jeder für sich und alle gegeneinander. Das geht nicht. Da muss Ordnung geschaffen werden. Schön, ich sehe es mir an. Mach eine Vorlage für Don Salvatore. Bis übermorgen. Ciao. Mann, total geschafft heute. Solltest dich auch hinhauen. Ich werde mir sicherheitshalber die Alarmanlage noch mal ansehen. Na gut. Ah, wollen wir nicht zusammen noch einen trinken? Okay, geh schon vor. Ich komme nach. Ich komme nach. Ah, wollen wir nicht zusammen. Wo-o-o-o-o! Ich bin einfach nicht zusammen. Viel Erfolg, Saint-de-Mont-Hermann. Ja, danke. Kommen Sie fort. Habe vorhin etwas vergessen, Kapitän. Eine Information ist eingegangen aus Lyon. Wichtig. Anfrage betreffend Marcel Lafitte. Beerdigung, Frau und Sohn. Todesursache hier unbekannt. Unfall nicht in Lyon geschehen. Alles Halbheiten. Ich bin jetzt soweit, Jean-Louis. Können wir den Komplex Mittelitalien durchsprechen? Ja. Ja. Was Unangenehmes? Nein, nichts weiter. Komm, gehen wir. Es fällt leichter, uns zu belügen, als uns die Wahrheit zu gestehen, nicht wahr? Madame, sind Sie... Auf derselben Seite wie Sie, Monsieur Lafitte. Gegen die Faschisten. Dort auf der Insel und überall. Überall. Sie haben meine Frau und meinen Sohn ermordet. Wenn Sie nicht dazwischengekommen, hätte ich die Zentrale schon längst in die Luft gejagt. Und dann? Eine andere Insel, ein anderes Versteck, andere Leute. Damit erreichen Sie nichts. Ich habe es Ihnen geschworen, meiner Frau und meinem Sohn. Monsieur Lafitte, sehen Sie sich vor. Ich glaube, man beobachtet mich, meine Frau. Dein Freund Lafitte ist ein Verräter. Wir haben vereinbart, dass du nur im äußersten Notfall die Insel betrittst. Vor einer Stunde hat er sich mit der Deutschen aus dem Hotel bei der Marienkapelle in Darmdorf getroffen. Lafitte ist auf der Insel. Er hat sie den ganzen Tag nicht verlassen. Ich wäre mir da nicht so sicher, Jean-Louis. Ich wäre mir da nicht so sicher, dass du nicht so sicher, dass du nicht so sicher, dass du nicht so sicher bist. Ich wäre mir mit Lafitte wirklich nicht so sicher. Na schön, ich werde es bedenken. Ich habe es eilig. Sobald ich mit dem U-Boot ausgelaufen bin, bringt dich Allah zur Küste zurück. Nein. Wie? Was heißt hier nein? Wir müssen etwas unternehmen. Wenn die Frau verschwunden ist, ist es zu spät. Also gut, dann greift dir die Frau, wenn du so sicher bist. Vergiss nicht, ihre Spuren im Hotel zu beseitigen. Und Lafitte? Manchmal weiß ich nicht, was ich mit ihr anfangen soll, Dominique. Einigen wir uns so. Wenn ihr drüben ist, gehört ihr dir auch. Eliminar? Mhm. Nein. Nein. Okay. Oh. Huh. Oh. Mm. Oh. 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 Jean-Louis, hast du die ganze Zeit hier gearbeitet? Naja, ich habe einige Zeit in meinem Zimmer Berichte geschrieben. Warum tragst du? Ich habe angeordnet, dass niemand die Insel verlässt, bis ich zurück bin. Noch Weisung? Auf bald. Muss zum U-Boot. Ah ja, da fällt mir was ein. Ich habe da eine Information aus Lyon, aus der ich nicht schlau werde. Dieser Unfall mit deiner Frau und deinem Sohn. Niemand weiß, wie und wo das passiert ist. Lässt du mir hinterher spionieren? Ja, ist doch reine Routine, Marcel. Aber du musst mir das mal ausführlich erzählen. Deine Überprüfung liegt in meiner Hand, deshalb muss ich alles exakt wissen. Ich habe nichts zu verbergen. Wir sprechen noch drüber, sobald ich zurück bin. Ciao. Gut, also. Zu mir. Wie ein Wunderschönen? Hier ist doch reine Routine. Das Wunderschönen. Das war so. Was ist nicht so. Ich bin so. Ich bin so. Du musst auf das Buchstaben. Du musst du musst. Das ist das Buchstaben. Das Buchstaben war. Kann du nicht zu mir? Und schon mal überhörter. Es ist das Buchstaben. Hier ist das? Ich bin so. Ich bin so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Um Haaresbreite. Ich weiß nicht, was die jetzt tun werden. Salvatore ist nach Griechenland, Angelo zurück nach Rom, Chabert mit dem U-Boot unterwegs. Und was werden Sie jetzt tun, Monsieur Lafitte? Ich bleibe hier auf der Insel. Sagen Sie mir, wo ich Sie erreichen kann. Und wenn Chabert zurückkommt? Chabert kommt nicht zurück. Und wo ist Born hin? Er wollte nach Frankreich, in die Vogesen. Ich weiß nicht, was da vorgeht. Und der Name Krakenburg oder Peiter ist nicht gefallen dabei? Ich weiß, wer SS-General Krakenburg ist, aber weder seiner noch der andere Name wurden genannt. Vogesen. Noch ein Stichwort, falls es wichtig ist. Der Name des Ortes ist Saint-Demont. Willkommen in Saint-Demont. Freue mich, Sie gesund wiederzusehen, Kameradweiter. Ganz der Alpe. Unsere Ehre heißt Treue, Oberstummannführer. Augenblick bitte. Ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen. Hilda Scorpio, Führerin der neuen Ordnung in Milano. Sie ist Expertin für die Untergrundszene. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie so schnell auf meinen Brief reagiert haben. Es ist höchste Zeit, dass ich mich absetze. Da wühlen einige in meiner SS-Vergangenheit. Dass ich Hauptsturmführer war und so. Hier, Zeitungsausschnitte, Drohbriefe. Morgen Nacht soll die Aktion über die Bühne gehen. Sind Sie für morgen vorbereitet? Ja, alles klar. Ich kann sofort von hier verschwinden. Kamerad Peiter, es geht nicht nur um Ihr Untertauchen. Es geht zugleich um den Trotzkisten, über den ich in meiner Antwort schrieb. Alessandro Cotari. Ja, er muss schnellstens aus dem Verkehr gezogen werden. Macht zunehmend Schwierigkeiten mit seiner Gruppe Permanente Revolution. Sie sollen unter neuer Identität die Führung dieser Gruppe übernehmen, sich mit den roten Bajonetten vereinigen, nach einiger Zeit nach Rom gehen, um dort eine Organisation der Bajonette aufzubauen. Sie waren ja mal in Rom. Ja, elf Monate unter Kragenburg, als der dort SS-Chef war. Ich kenne mich gut aus. Hilda Scorpio wird Sie mit der politischen Landschaft in Milano und Rom vertraut machen. Zu der Aktion morgen. Cotari wird hier erscheinen, um die bei Ihnen deponierten Waffen auszuheben. Wundern Sie sich nicht über sein Aussehen. Er hat jetzt das gleiche Gebiss wie Sie. Ach, ich verstehe. Deshalb brauchten Sie den Abdruck meiner Zahnprothese. Sie haben bestimmt gut gewählt, bei uns zu wohnen, Madame. Und wenn Sie Landschaftsfotos machen wollen, ist Saint-Déman der ideale Ausgangspunkt. Hihi, munter, munter. Sie sagten Fotopostkarten? Hm, Ansichtskarten. Ein Verlag in Straßburg. Es wird ja auch Zeit, dass man neue Ansichtskarten von hier gibt. Brr! Brr! Bonjour, Monsieur Pater. Ein neues Auto? Träum nicht. Hü! Der ist aber komisch. Ist das ein Gast? Ich glaube, das sei Monsieur Pater. Hey, hopp! Übrigens ein Landsmann von Ihnen. Er wohnt schon ein paar Jahre hier, hat ein kleines Anwesen und macht Übersetzungen. Hey! 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 Die Roten Bayonette aus Mailand grüßen die Gruppe Permanente Revolution. Auf einer französischen Chaussee, um vereint die Faschisten zu schlagen. Grüß dich, Genosse Gutari. Zu unserer zweiten gemeinsamen Aktion. Wir haben damals in Padua das Kommando in einem Batti durchgeführt. Mhm. Und seinen Vermand. Name tut nicht zur Sache. Du siehst verändert aus, alles andere. Völlig neue Zähne. Eine fürchterliche Schlägerei mit Faschisten. Für eine gute Sache. Sag mal, Genosse Gutari, gibt ihr schon einen Beschluss zu unserem Angebot? Nein. Wir lehnen es ab, uns mit den Roten Bayonetten zu vereinen. Kein klug Anschluss. Aber es bleibt dabei. Wie geht's weiter, Genosse Rodolfo? Fahren wir. Der Lagen ist ausgezeichnet. Wir haben alles unter Kontrolle. Ich könnte ihn durchs Fenster erledigen. Unsinn. Nein. Aber nimm die hier, Alessandro. Na los. Die ist schwerer zu identifizieren. Schussbereit. Geladen und gesichert. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Die Waffenlager in dem Schubmund auf dem Boden. Los rein. Hier bleiben uns sichern. Geben Sie den Schlüssel zum Waffenlager raus. Ich denke nicht daran. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Machen Sie doch Schluss mit dem Theater. Vorsicht vor allem jetzt bei diesem Rossi. Ist auch ein Querkopf. Auch nicht mehr langer. Kraft, wir seien uns ab. Sie bleiben hier. Sie erhalten im Gasthof Nachricht, sobald ich Sie erwarte. Und halten Sie die Ohren offen, was man so sagt über das Malheur hier. Möchten Sie die Zeitung? Da steht was über das Malheur mit Monsieur Pater. Ja, danke. Wurde wirklich Josef Pater getötet oder handelte es sich um eine Inszenierung? Wurde die Flucht eines Kriegsverbrechers abgedeckt? Die ehemalige Angehörige der Resistanz wollen sicher sein, dass Pater identisch ist mit dem SS-Hauptsturmführer gleichen Namens. Der amerikanische Kriegsgefangene erschießen und in Italien ein Dorf zerstören und 34 Einwohner ermorden ließ. Warum wurde Pater's Haus angezündet? Weil ein verkohlter Leichnam schwer zu identifizieren ist? Wurde. 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 Madame. Wurde. Madame. Madame. Kommen Sie mal wieder. Aber nicht zum Arbeiten, zum Urlaub. Okay, mache ich. Okay, mache ich. Oh, der Herr hat seinen Brillen nicht wie liegen lassen. Vielleicht erreiche ich ihn noch. Anruf, ein Herr Winzer erwartet Ihnen Endkirchsheim. Winzer, Endkirchsheim. Das ist die BND-Einsatzgruppe, die die Hubschrauberaktion durchführt. Winzer von Endkirchsheim. Naja, also zur Aktion Hubschrauber bitte. Der Hubschrauber der Deutschen Bundeswehr startet planmäßig. Routineflug zum NATO-Kommando Süd in Eapel. Die Maschine wird von uns im Gebiet der nördlichen Dolomiten abgeschossen und zwar genau über diesen Bergsee, über den die Flugroute führt. Die Geheimdokumente werden von Unbekannten gestohlen. Danach findet der italienische Geheimdienst die Leiche eines führenden Mitglieds der Roten Bayonette in der abgestürzten Maschine. General Angelo wird dafür sorgen, dass diese Aktion in Zusammenhang gebracht wird mit der Entführung des Abgeordneten Batty, Mitglied des Verteidigungsausschusses. Man hat keine Spur von den Roten. Die Regierung wird nervös werden. Ja? Melder, KX im Zielgebiet. Die Aktion ist angelaufen. Der General teilt mit. Die Winzer von Endkirchsheim haben das Operationsgebiet erreicht. Der Weg hier ist gesperrt. Sie müssen zurück zur Hauptstraße. Mach auf, durch das. Halt! Ja, was ist denn hier los? Der Weg ist gesperrt. Sie müssen wieder zurück. Aber ich will zur Passhütte. Ich bin noch immer hier gefahren. Zur Hauptstraße, umdrehen und zurück. Ja, das ist ja wieder typisch. Heute ist gesperrt. Was ist los? Ja, sehen Sie, gnädige Frauen, die haben einfach den Weg zur Passstraße gesperrt. Ja, das ist gut. Und wie lange soll das dauern? Ja, wie lange? Wenn Sie italienischen, ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Komm, hier mal. Na, da kommt schon wieder so vielversammeltes Auto. Und was machen Sie? Na, da ist man doch sprachlos. Was soll denn das? Na und? Ach, wir schießen. Was heißt, wir schießen? Wo sind wir denn hier? Wir sind doch in der Darle-Worte. Was soll denn das hier? Was soll denn das hier? Ja, und davon dreht sich die ganze Zeit. Ja, auf, und zurück. Das ist ja auch in der Höhe. Das lassen wir uns nicht spießen. Du da rüber, hier da hoch. Absicherung ist der Erfolg, treffe sofort ein. Richtung Passstraße, alles abgesichert. Straße vom Tal her, unpassierbar. Steinschlag. Wo müssen wir hin? Hier. Wir müssen da rauf. Noch 500 Meter. Pavante, gehen wir. Ich kann mir nicht helfen. Dieser Skorpel gefällt mir nicht. Der ist nicht echt. Den Eindruck hatte ich schon damals in Padua. Ich halte es für völlig falsch, sich mit seinen Bajonetten zusammenzuschließen. Ach, komm, Genosse Rossi. Aus dir werde ich auch noch nicht schlau. Kommissarischer Führer unserer Gruppe. Wieso hat Genosse Cotari überhaupt niedergelegt? Es ist jetzt keine Zeit zum Diskutieren, Genosse Rossi. Schluss jetzt. Seine Hude führt genau über den Grat da, kreuzt diesen See, führt weiter diesen Kamm entlang, bis zu dem See dort vorne rechts und weiter bis zu dem 2900er ganz rechts. Nach Lage der Dinge Abschuss direkt über den See. Was meinst du dazu, Genosse Rossi? Ist zu schaffen. Hauptsache, er weicht nicht von der Route ab. Die fliegen auf den Meter genau, nach Vorschrift. Ah, die Deutschen sind auch schon in Position. Die Münchner Gruppe proletarischer Aktion. Es ist 15 vor X. Ich erwarte äußerste Disziplin von Ihnen, meine Herren. Und äußerste Präzision bei der Arbeit. Herr Leutnant, bitte. Die Legendierung ist klar, Kameraden. Wir sind Winzer aus Enkirchsheim an der Mosel auf Betriebsausflug. Sobald Herr Born mit den Kommunisten auftaucht, gehören wir zur linken Terrorszene von München. Äußerste Zurückhaltung? Kein Wort zu viel. Ab sofort gelten kriegsmäßige Gefechtsbedingungen im Hinterland des Feindes. Uhrenvergleich? Es ist 14 vor X. Feldwebel? Kampfschwimmer fertig machen. Aber noch zurückhalten. Andttерь pigeon fest. サラam Undttbewinkel drive. Undttbewinkel Dirwenn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 General Angelo teilt mit, die Aktion ist abgeschlossen Also fassen wir zusammen Kurierhubschrauber zum NATO-Kommando Süd in Neapel über italienischem Territorium spurlos verschwunden An Bord der Maschine befand sich der Alarmplan für Italien der für den Fall einer inneren Krise die Intervention von NATO-Kontingenten der USA und Deutschlands in Italien vorsieht Die nächsten taktischen Schritte bitte General Angelo's Geheimdienst wird in drei Tagen das Wrack des Hubschraubers finden und einen toten Froschmann als linken Extremisten identifizieren Die Lage, kommunistischer Anschlag, NATO-Alarmplan in den Händen der Roten Ruhmunfähig die NATO-Verbindungswege zu sichern Die Regierung wird auf unseren Druck hin reagieren müssen um die Verbündeten zu beruhigen Mit Maßnahmen gegen die Linke Harten Maßnahmen Ich werde veranlassen, dass die Roten Bayonette ebenso hart zurück schlagen und mit Enthüllung des NATO-Alarmplans drohen wenn die Regierung ihre Forderungen nicht annimmt Damit hat General Angelo rechts und links in der Hand vermittelt scheinbar und zwingt so die Regierung in seine Disposition Okay, Gentlemen Und deshalb werden wir jetzt kurz und hart nachsetzen Der Abgeordnete Batty wird in die Schlacht geworfen Die Regierung hat außergewöhnliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet Karabinieri und Polizei sind im ganzen Lande mobilisiert Hunderte von Spuren werden verfolgt Haben Sie befürchtet? Nein Niemand vermutet Batty in Milano Außerdem, alle Fäden lauchen bei General Angelo zusammen also keine Gefahr Warum soll Batty unter diesen Umständen überhaupt außer Landes gebracht werden? Muss Wenn die Roten Bayonette ihre Forderungen an die Regierung stellen muss diese wissen, dass sie keinerlei Alternative hat weil sich Batty außerhalb der Staatsgrenzen befindet Erwarten Sie, dass sich die Regierung den Roten Bayonetten beugen wird? Aber nein Nein, und das wird das Dilemma vergrößern Batty's Leichnam wird in einem Kofferraum vor dem römischen Parlament gefunden werden Und gerade zu diesem Zeitpunkt wird General Angelo die Regierung wissen lassen dass der verlorengegangene Hubschrauber wiedergefunden wurde und sich der NATO-Alarmplan in den Händen der Roten Bayonette befindet Danke Sowas kennen Sie ja alles Ach, äh, Lieutenant Herr Born ist Ihnen sicher kein Unbekannter Ich bin in einer Zwangslage, Monsieur Lafitte Kolonel Pelletier, der Nachfolger von Chabert wird seinen Posten erst im nächsten Monat antreten können Ich möchte, dass Sie zu einer militärischen Inspektion nach Rom fahren Es geht da um die Gruppen der mittelitalienischen Regionen Sie haben die Angelegenheit bearbeitet sind also informiert Und wann soll ich abreisen? Sobald als möglich Wir sprechen uns nachher noch Zurück zur Angelegenheit Battin General von Wieseneck hat mich mit der Kontrolle der Überstellung Battis an General Angelo betraut Hilda Scorpio übernimmt den Transport Battis Sobald ich den Termin von General Angelo habe geht der Einsatzbefehl an die Scorpios Per Cagrin-Angebot? Äh, der Lieutenant wird veranlassen dass die Aktion programmiert wird Dann bitte ich Sie, den Befehl auch an mich nach Milano zu senden Einverstanden Dann werde ich den NATO-Alarmplan gleichzeitig mit Batty an General Angelo übergeben Wo ist denn der Plan jetzt? Na, auch da, wo Batty ist Im Tresor Mann, bist du spät dran? Kannst du nicht mal einen guten Tag sagen? Was ist? War was? Ich komme direkt aus Genua Hilda Scorpio hat sich dort mit General Angelo getroffen Ein Schiff mit dem Namen Reggio de Calabria ist in See gestochen und hat außerhalb der Hoheitsgewässer festgemacht Was bedeutet das Waffen? Das weiß der Teufel Und die Scorpio? Wird heute Abend wieder in Mailand erwartet Möglicherweise in der Bar Bessinia Aha Wieso? Ich habe eine Verabredung mit Lafitte vor der Bar Bessinia Sagst du? Ah Hallo Ah, Bonsoir, Madame Bonsoir Ich hätte kaum damit gerechnet, dass sie meine Nachricht rechtzeitig erreicht Ich hatte ja in der Gegend zu tun, Monsieur Lafitte Ah In diese Gegend hatte ich aber gar nicht geschrieben Ich arbeite mit Brieftauben Das ist die Waffenzentrale für Norditalien Ich weiß, ich habe gestern Abend Herrn Born hier gesehen Er brachte eine neue Ladung Whisky Aha Gehen wir hier weg In der vorigen Woche ist in den Dolomiten ein NATO-Hubschrauber abgestürzt Er wurde von Kampfschwimmern angetaucht Ich weiß allerdings nicht, was... Ohne Training floriert dann nichts Nicht mal das Brieftaubengeschäft Ich weiß nicht, was mit dieser Hubschrauber-Inszenierung bezweckt wird Ach, sagen Sie, haben Sie eine Kamera dabei? Können Sie damit umgehen? Hm? Sie werden es stammen, was ich Ihnen damit anbringe Passen Sie auf Vorsicht jetzt Vorsicht jetzt Ohne Sie wird eschemgl dwunner Sie sind Hallo ... Sie ist Sie ist Sie ist Zentrale an Signore Pacelli, Überführung Batty nach Genua. Sie begeben sich unmittelbar in die Wohnung Hildas Scorpio. Aktion läuft 23 Uhr an. Maledetto. Die Wohnung Hildas Scorpio, wozu das? Diese Batty ist doch hier. Konzentrierte Säure. Sie aktiviert sich, sobald Sauerstoff darauf einwirkt. Die habe ich von der Todesinsel. Ich will damit in den Waffenkeller. Dort ist nämlich ein Hydrant. Es wird aussehen wie ein Rohrbruch. Der Keller säuft ab und Waffen und Munition werden unbrauchbar. Gut, und was soll ich dabei tun? Sie sagen mir ja nichts. Also im Keller ist ein Safe. Und im Safe befindet sich der NATO-Alarmplan. Während ich den Alarmplan fotografiere, versuchen sie, Batty zu befreien. Batty? Heißt das, dass Batty dort eingesperrt ist? Seitdem er bei Padua entführt wurde. Hildas Scorpio soll ihn heute Nacht nach Genua schaffen. Wie soll ich... Der Pomadenkopf, Pacelli. Die Höhle des Löwen ist leer. Aha. Pacelli. Monsieur Lafitte, wollen Sie mich nicht ein bisschen besser einweihen? Wir haben jetzt genau 43 Minuten Zeit. Mein Wagen steht da vorn. Kommen Sie. Die Einsatzbefehle wurden auf der Insel programmiert. Jedenfalls wird Hildas Scorpio 23 Uhr bei Pacelli auftauchen, um Batty zu übernehmen. Während Pacelli... Der eben weggefahren ist, ja? Ja, ja. Es war nicht schwierig, im Befehl für Pacelli eine falsche Ziffer programmieren zu lassen. Jedenfalls ist er um 23 Uhr in Hildas Wohnung. Und wenn er dort niemanden antrifft? Er wird jemanden antreffen, der ebenfalls fehlgeleitet wurde. Aber ihr, die beiden das merken, werden wir fertig sein. Ich kenne den Mechanismus. 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 Wir haben noch genau 30 Minuten. Aber wir müssen einkalkulieren, dass die Scorpios früher kommen. Also, Tapetentür hinter dem Plakat mit der Touristenkarte. Schlüssel hinter dem Schild über der Tür. Ja. Auf dem Monitor können Sie verfolgen, wie weit ich bin. Und wenn Sie an Batty nicht herankommen, den Raum sofort verlassen. Wir treffen uns wie vereinbart. Ist klar. Sie hier? Ich bekam einen Befehl. Wo ist Signorina Scorpio? Keine Ahnung. Warten wir. Ich bekam einen Befehl. Ich bekam einen Befehl. Ich Person nicht. Acheli. 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 Wo steckt bloß dieser Pacelli, verdammt noch mal? Er hat alles vorbereitet. In der Bar? Ist er unten? Ihr Dokumento an? Abgebrochen. Idiot! Ich gehe runter. Keine Zeit. 24 Uhr. Wir fahren. Hol ihn raus. Flurstehen Sie auf. Kommen Sie mit. Avanti. Kann sich ja niemand melden, wenn Sie hier herumsitzen, statt an Ihrem Telefon zu sein. Der Befehl laut? Den Befehl habe ich auch. Ich fahre ins Büro zurück. Ganz schönes Risiko, mein Lieber. Alles klar. Sobald der Füter ist komplett her. Sie haben einen ziemlichen Vorsprung. Ich möchte wissen, wohin Sie fahren. Erst nach Genua und dann zum Hafen. Dann werden wir weitersehen. Die Skorpios sind ja unter Kontrolle. Wollen wir die Brieftäuben nicht endlich beiseite lassen, Madame? Halten Sie an, da vorne ist ein Snackbar. Sie wollten doch telefonieren. Dringend. Ich denke, Sie sollten es tun. Ja? Ja? Padua 23577. Hallo? Cartoni? Hier Marcel Lafitte. Fragen Sie jetzt bitte nicht. Ja, ich bin in Italien. Hören Sie zu, Cartoni. Ich bin morgen spätvormittag bei Ihnen. Ja. Nur ein Wort. Batti. Ja, Batti. Alles andere später. Hier, Kaiman. Delfin, bitte kommen für Kaiman. Delfin hört, Kaiman, sprechen Sie. Wir verlassen jetzt die Drei-Meilen-Zone. Kaiman läuft Delfin an. Delfin hat verstanden. Ende. Wo bringen Sie mich hin? Was haben Sie jetzt vor mit mir? Wollen Sie mich liquidieren? Politik heißt das tun, was notwendig ist. Das wissen Sie als Abgeordneter doch am besten. Also fragen Sie nicht. Kommt, gib mir die Dinger. Alles ruhig. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Komm, Chef. Rodolfo Scorpio ist mit Batti an Bord gegangen. Sie wurden von General Angelo erwartet. Ich habe doch kein Zubringerboot gesehen. Sieh mal durchs Fahnglas. Ein neuer Trick. Ein kleines Tauchboot. Und die Scorpio am Steuer. Siehst du das Tauchboot links liegen? Aha. Rodolfo Scorpio hat sich offen vor Batti gezeigt. Das kann nur bedeuten, Sie wollen Batti nicht mehr lebend aus den Händen lassen. Ich muss schnellstens nach Padua. Hier die Filme für den Doktor. Die Originale hat Lafitte mit nach Padua genommen. Und kurz der Inhalt? Starkes Belastungsmaterial gegen General Angelo. Vor allem die Anlage zum NATO-Alarmplan für Italien. Da heißt es folgendermaßen. Der Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa sendet dem italienischen Außenministerium seine Empfehlungen. Er hat die Ehre festzustellen, dass die Diskussion betreffs der Streitkräfte von USA und Bundesrepublik Deutschland, die auf Ersuchen der italienischen Regierung in Italien aufmarschieren sollen, zu folgendem Übereinkommen geführt haben. Erstens, US-Streitkräfte haben das Recht, jedes Gebiet der Republik Italien zu besetzen und im Interesse der Aufrechterhaltung dieser Besetzung in der notwendigen Weise aktiv zu werden. Zweitens, die Regierung in Rom gibt den US-Streitkräften die Erlaubnis, Kernwaffen mit nach Italien zu bringen und sie dort zu stationieren, wo es als notwendig angesehen wird. Drittens, Das ist ja ungeheuerlich, unglaublich. Man wird die Echtheit des Dokumentes in Frage stellen. Ach, was sage ich. Man wird mir überhaupt nicht erlauben, es als Beweismittel heranzuziehen. Hier, diese Papiere zeigen das Doppelspiel des Geheimdienstes. General Angelo und die Neofaschisten verfolgen einen Stufenplan, um die Regierung zu lähmen und Angelos Position auszubauen. Geiselnahme des Abgeordneten Buddy. Die Neofaschistische Neue Ordnung entführt ihn, die Roten Bayonette übernehmen ihn. Ziel, die Kommunisten haben ein Mitglied des Verteidigungsausschusses in der Hand. Abschuss eines deutschen NATO-Hubschraubers in den Dolomiten. Die Kommunisten besitzen den NATO-Alarmplan für Italien. Sie sagen mir nicht alles, Marcel. Reicht Ihnen das nicht? Das war nicht der Sinn meiner Frage. Emanuele, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verschwörung größere Dimensionen hat. Emanuele, Sie sind Staatsanwalt in Padua. Sie ermitteln im Fall Buddy. Ich fürchte, Sie können nicht einmal die italienischen Verschwörer dingfest machen, die mit diesen Dokumenten überführt werden. Und ob ich das kann, Marcel? Der stellvertretende Generalstaatsanwalt hat mich informiert. In Padua ist ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden. Wieder mal diese lokale Arroganz. Man bezichtigt mich der Konspiration gegen die staatliche Ordnung und erweckt Erlass eines Haftbefehlens. Ein Windei. Stecken die Kommunisten dahinter? Man bringt mich mit der Entführung von Buddy in Verbindung. Wie das? Nichts genaueres. Ein Informant hatte nur diese Pauschalinformationen. Was ist zu tun? Kann man überhaupt etwas tun? Oder lässt man es auf sich beruhen? Nein. Die Sache Buddy irritiert mich. Dann drehen wir den Fall Buddy um. Nicht seine Leiche? Wird für dem römischen Parlament gefunden werden. Sondern Sie? Werden ihn aus den Händen der Roten befreien, General. Major, bringen Sie Rodolfo Skorpion Deck. Die gesamte Mannschaft unter Deck, bis die Aktion vorbei ist. Politik heißt das, tun was notwendig ist. Auch unangenehm ist. Bereiten Sie sich vor, vorerst die roten Bayonette in Milano zu übernehmen, Herr Peiter. Kapitän, an Deck! Kapitän, das Schiff ist geändert und besetzt. Ich übernehme den Befehl. Führen Sie mich zu dem Abgeordneten Buddy. Das sind die tapferen Beamten, Herr Abgeordneter, die ihr Leben eingesetzt haben. Komm her, stell dich dazu. Komm her, stell dich dazu. Was darf es ganz genau wieder in Ihren Plan? Tja. Was wirst du jetzt machen? Der Zug fährt gleich nach Lyon. Ich will mich nochmal mit Lofi treffen. Tja, ich werde noch hierbleiben. Die Skorpions haben dann ja wohl einen würdigen Nachfolger gefunden. SS-Hauptstumpfführer. Peiter als Chef der roten Bayonette. Hier war das. Hier ist die Bombe explodiert. General Angelo verhaftet. Jemand hat kopienbelastende Dokumente an die Staatsanwaltschaft in Pardo übergeben. General Vittorio Angelo, Chef des italienischen Geheimdienstes, erst in der Nacht zum Freitag verhaftet war. Der Haftbefehl, den der Untersuchungsrichter in Pardo ausstellte, wirft Angelo Konspiration gegen die Staatsordnung vor. Kein Wort vom Zusammenspiel mit den Neofaschisten und den roten Bayonetten. Ich sehe schon, wie es kommt. Es wird ihn erschüttern. Er hat geglaubt, den Feind dem Nerv zu treffen. Meinst du? Unseren Verbündeten, Marcel Lafitte. Auf, Fein, Madame, dass du mitkommst. Dann findest du allein. Na klar, wir fahren zusammen. Was ist denn? Papa hat mir nämlich versprochen, wenn ihr von den Soldaten kommt, dann fahren wir gleich einen ganzen Tag aufs Land raus. Ja, so machen wir es jetzt. Ich muss Ihnen etwas vorlesen, Marcel. So ernst? Unerfreulich ist? General Angelo ist nach Hinterlegung einer Kaution von 10 Millionen Lira aus der Untersuchungshafte entlassen worden. Weiter. Das römische Ermittlungsgericht, dem das in Padua laufende Verfahren übertragen wurde, hatte bereits vor Tagen den größten Teil der Anschuldigungen fallen lassen. Angelo erklärte, es werde sich erweisen, dass er völlig unschuldig sei. Er beabsichtige in Kürze, in die USA zu reisen. Ich wollte es Ihnen nicht glauben, Madame. Ich wollte es nicht glauben. Ich würde auf die Todesinsel zurückkehren. Todesinsel? Ist das ein Märchen, Papa? Mit Gnomen und Geistern und bösen Zauberern? Erzählst du mir das? Erzählst du mir das? Erzählst du mir das? Erzählst du mir das? Musik Musik